so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der division mit dabei ist der ending genau und ich hier ja mache nobel team teil 4 gerade der fangem ausrüstet für die große wir sind am funk mast aber da sind rikos überall anscheinend ich finde wirklich fünf licht okay die ausdrüste und dann findet euch mehr oder weniger ich weiß nicht, ob ich das Eiko verlassen ich brauche hier alle JTF Einheiten weil da gibt es doch keinen Haber, wo man verkaufen kann das läuft, da kann ich nichts verkaufen was denn? ich bin zwar da, oh das ist der Kampf, das war ich nicht verstehe aber nicht wo das dann ist oh man verarsch mich da ist er, da hinten ich bin tot wieso das? ich bin gestorben da okay okay aber dann kann ich jetzt mal schauen, wo das ist ich bin gestorben ich bin gestorben wir sind am Funkmast, aber da sind Rikos, überall Schalldämpfer Stufe 19 schalldämpfer Stufe ich bin gestorben ich bin gestorben ich bin gestorben da ist Vielen Dank. Na gut, ich spaw jetzt zu dir. Warte mal, wo bist du? Ah da. Wohin gehst du jetzt dann? Zum Kampf. Aber da hat er einen Händler gegeben. Echt, ich hab ihn voll nicht gefunden. Ja, nachdem ich Teil 4 vielleicht finden, dann machen wir den Kampf. Na wo ist Teil 4 vielleicht 4 nicht, das ja. Ja, wo ist Teil 4? Wo Teil 4 ist dann? Teil 4 war dort auf der Straße, links in meinem Kampf ungefähr. Auf dieser Querstraße, wo der blaue Kampf genau da am Spitz. In der Straße? Habe ich da eine Safe aus in der Nähe? Wir sind am Funkmast, aber da sind Rikers. Überall! Nicht durch klatsch. Wir sind am Funkmast. Aber dann ist es. Da hätte ich eigentlich auch zu so übergehen können. Gut, dass das keine Muss-Missionen sind. So, ich schau mal das mal an. Ich brauche hier alle JT's. Kf-Einheiten. Zur Sicherung, die Rikers haben einen Hilfsgüterabwurf in der 33. East und 2. abgefangen. Na gut, komm was an. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, ich dachte, dass wir jetzt erst zu den Echoes gehen. Nämlich. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Achso, ich weiß nicht, wo genau das Echo ist. du hast gesagt dass du mich hin führst vielleicht habe ich eine idee das ungefähr bei der ecke dort wo die markierung bei dem seil warst du auch oben das ist aber ein bisschen weitergegangen ach tschuldige naja ok ach shit tschuldigung ein agent in ihrem team ist verletzt und braucht Hilfe Das ist gut, dass ich mich nicht mehr verraten kann. Da ist ein Seil auf der Seite. Da ist es. Da wo ich stehe. Ah da in der Mitte. Oh ich muss da weg. Gib auf. Am besten. Ich bin schon tot. Ich bin schon irgendwo gespawnt. Okay. Oh ich hatte Schrot. Oh. Sie betreten einen Sieg. Na gut. Das hast du dann. Oh. Warte. Vielleicht kann man das ECO noch machen. Ja wenn du nicht weißt wo es ist Teil 5. Oh. Okay jetzt bin ich tot. Na ich habe es nicht einmal auslesen können. Vielleicht kann man ja dort drauf. Vielleicht muss man ja dort drauf wo die Schnur war. Wo die Nebenmission ist. Was? Nebenmission? Das ECO ist ja keine Nebenmission. Ja sicher sind die. Das ist was zufällig gefundenes. Das ist ja. Suche Teil 5. Das ist ja nicht zufällig. Man sieht ja da wo man hingehen muss. Da steht ja Teil 1 Mission, Teil 2 Mission, Teil 3 Mission. Genau. Jetzt ist aber da das ECO. Das ECO haben wir noch nicht ausgelöst anscheinend. Ja ist schon. Da ist Teil 5 gestanden. Und dann gibt es kein Dingsbums. Ja ich habe noch nicht Teil 5 ausgewählt gehabt. Also Teil 4 oder was. Das war das ECO. Aber ich vermute vielleicht ist es das dort oben wo der Schnur ist. Weißt du? Wenn man das nicht machen will, dann machen wir es nicht. Aber wir haben keine Mangelung. Wäre eine Möglichkeit gewesen sag ich mal. Sie sind fast da. Der gesuchte Funkmast ist auf einem Dach und so groß, dass sie ihn nicht übersehen können. Halten sie die Augen nach JTF-Tags offen. Wo sie einen finden, ist der andere vielleicht nicht weit. Ok wo bist du wieder gespawnd davon? Ja ich bin überhaupt nicht so gespawnd davon. Warte ich komme zu dir. Vielleicht musst du durch Kampfgebiete durchs dann nicht so leicht. Ich habe jetzt nämlich nicht immer die Chance gehabt, dass ich das ECO aufhebe. Ich brauche hier alle JTF-Einheiten. Zur Sicherung, die Rikers haben ein Hilfsgüter... Oh was, Rikers auch Schalken? Ich bin von East und 2. abgefangen. Achso, das war die Hauptmission noch. Aktives ECO-Signal geordert. So. So warte ich bin auch bald da. Warte ich bin auch bald da. Warte ich bin auch bald da. Boah da wird plötzlich. Irgendwo wird der mächtig... Oh Scheiße da hinten. Hey Jungs, habt ihr was gefunden? Ja, wir haben was im Spiel gefunden. Keine Ahnung. Sie sind aber so. 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 Die Mission ist wieder da anscheinend. Wir kommen jetzt zu euch. Wir haben Worte im Schlettau. Schwer zu sagen aus welcher Richtung das kam. Oh Scheiße, pass auf es sind Leute bei dir. Oh Mann, kann ich da nicht mal zu dem Scheiß ECO hin? Oh nein. Ich könnte das noch da sein. Oh Mann, ichücke die Fuller-M wholen. Damit wir konnten. Ich bin doch nicht. Es ist so. Wenn da etwas geht, alles geht, jetzt. Ich bin doch nicht. Oh Mann. In der Nähe. Was kommt euch parse. Oh Mann. Ich bin doch. Ich bin doch. das sind nur die das kann man nicht sein sammeln oder so ich habe schon alles untersucht jetzt können wir darauf schauen aber ich finde ja bloß wie soll ich auf die idee kommen darauf zu gehen es ist echt groß und da kommst du zum kampf okay na gut dann machen wir den halt gut sorry da hast du recht ich dachte dass wir irgendwas übersehen haben es dir keine keine vorkommen ja aber wenn steht das teil 5 da ist ja schon mal abgeschlossen so kommt meine habe raus so Geh näher und sitzt in ihrer Position. Warnung, Feindkraft nähert sich. Mister, komm noch näher! Oh, von der Seite. Kannst du die Minion los schicken? Ja, das Problem. Da kommen eben so viele. Aber du darfst nicht zurückgehen. Du darfst gar nicht rausgehen aus diesem Gebiet jetzt. Oh! Warnung, Feindkraft nähert sich. Oh! Vorne. Oh! Oh! Zu zweit geht das einfacher, hm? Nein, dann machen wir noch Vollkraft! Oh! Oh, das ist eine Elite, zwei Elite, oder drei Elite, scheiss die Wandern. Alter, wie viel kommen wir da noch? Noch eine Minute durchhalten. Was ist das jetzt? Ich glaube, das war es jetzt. So, sorry, dass ich da vorhin weggerammt bin. Nein, ich habe es nicht wusste, ich habe gesagt, du bist da blieben, was? Und dann bin ich so vorne gestanden und da, da, da. Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Danke für Ihre Hilfe. Wir finden gute Verwendung dafür. Auch geil, die kontaminitierte Zone ganz weg. Okay, Hauptsache, dass wir sich nicht mehr ausgehen. Wir sind zu wenig. Wir brauchen... Machen wir den Kampf im Nebengebiet noch, oder? Wir sind ehrlich schon durch mit der Folge jetzt gerade eben. Okay. Na gut, Leute, das war eine nicht zu sehr effiziente Folge. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut und ciao. Ciao. Ne, sorry, das war von mir ein absoluter Fehl, dass ich da wegganger bin. Na, macht nichts. Wir haben halt jetzt nur alle Mission gemacht. Ja. Wir sind am Funkmast. Aber da sind Rikers. Überall. Was zum Teufel. Wir sind... Na gut, gehen wir zum Safehouse. Ah ja, bist schon dort. Ich habe Munition unten. Was? Ich frage mich, was die kontaminierte Zone ganz rechts ist. Da wird es Kissen oder sowas geben. Ah ja. Wo ist rechts die kontaminierte Zone? In dem Gebiet ganz rechts. Na gut. Auffüllen. Da. Aber bei dem Händler kann man da nicht verkaufen. Nein, da ist der Händler. Na da. Alter. Okay, Munition auffüllen und dann spawnen wir uns gleich hin. Mhm. Wenn wir die gemacht haben, geht sich vielleicht noch der kleine Nehme-Einsatz aus. Mal schauen. Wenn ich geschirme, dann auch nächste Folge mache. Und dann gleich rüber ins Gebiet. Ahnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Okay, passt. Okay, passt. Okay. Musik. 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 So, I am ready. Okay. Was sagt dann? Du. Gut. 3, 2, 1, los.